herzlich willkommen zum nächsten let's play es ist let's play 16 und es gab einiges an chaos die letzten zwei let's plays aber das erkläre ich euch gleich was da schief gelaufen ist ich glaube ihr habt gar nicht so viel mitbekommen außer beim ersten video aber gut dazu gleich mehr denn wir starten einfach mal mit der aufgabe und zwar werden wir heute die wiese 8 gemeinsam nähen die 10 ginge auch aber die 10 haben oft genug gemacht wir machen einfach mal die 8 so warum der traktor hier schon steht das hat auch einen grund der auch ein bisschen chaos war es gab ja letztens wieder ein update und dank des tollen auto patches hat es wieder alle input bindings also die tasten belegung zurückgesetzt natürlich kann man die vorher speichern die datei ganz easy aber ich habe natürlich nicht daran gedacht und ich muss auch sagen ich sehe das nicht als meine aufgabe an als spieler da dran zu denken dass ich vor einem update noch mal meine tasten belegung speichern das ist einfach das ist nicht cool und dementsprechend bin ich jetzt mit etwas frust hoffentlich fertig meine tasten belegung wieder angepasst zu haben und ich hatte es vor allem erst gemerkt ich habe fröhlich gespielt habe sogar schon aufgenommen und habe es dann erst gemerkt als ich mein gewicht abkuppeln abkuppeln wollte und nicht ging und es hat also nicht nur dieses mal die wie sagt man dass die input bindings zurückgesetzt auf standard was beschissen genug wäre aber was ich noch verstehen nicht es wäre dumm genug aber es wäre noch okay nein diesmal hat es auch aus irgendeinem grund alle input bindings die durch einen mod rein kamen komplett gelöscht einfach da war nichts zugewiesen und ja also besten dank naja es ist wie es ist ich habe hoffentlich wie gesagt wieder alles angepasst und jetzt werden wir einfach mal loslegen und dann erzähle ich auch was so zuletzt passiert ist das gras sieht noch gar nicht so hoch aus das ist aber ernte reif ihr seht übrigens wir haben precision farming installiert bin ich selbst mal gespannt was uns da so erwartet ich habe da viel zu gelesen aber es noch nicht selbst probiert hier fehlt noch die zapfwelle und dann legen wir einfach mal los machen ein schönes vorgewinne und übrigens machen wir sie lang spallen also das ist das ziel was hier daraus entstehen soll das hatte ich noch gar nicht erwähnt dann müssen wir mal gucken ich hoffe eigentlich dass wir es müsste auch klappen auf jeden fall zusammen pressen ich wollte ja unbedingt die neue presse von pettinger probieren und vielleicht machen wir sogar alle arbeitsschritte auf der wiese kommt jetzt darauf an wie matze so drauf ist und ob er heute noch online kommt vielleicht nimmt er uns dann auch einen schritt ab wobei es ja nur schaden wäre na schauen wir mal könnten also theoretisch auch drei folgen entstehen wäre auch nicht verkehrt und ich würde sagen jetzt am anfang habe ich genug zu tun mich zu konzentrieren aber wenn wir dann die bahn angelegt haben dann können wir mal gucken was so zuletzt passiert ist und was so für ein durcheinander zuletzt war ich würde jetzt erst mal kurz die arbeitsschritte einstellen ich habe ganz versinn das licht angemacht ich mache hier wieder mein woher mache ich das ja doch ich lege erst mal die spuren an und dann mache ich ja wieder meinen trick dass ich einfach die spur super super dünn lege wodurch ich nicht das mit dem versatz machen muss das mit dem versatz check ich nicht ach nee ich wollte kurz die linien sehen oh ja genau deshalb wollte ich die sehen das wollte ich nicht dann muss man das mal ausmachen und gleich bei der rückfahrt neue anlegen gucken wir mal wie das feld so gebaut ist wo was denn das das wusste ich ja gar nicht dass das hier jetzt was heißt 50 prozent ist das der ertrag ja steht drüber ertrag warum ist der nur 50 prozent naja es gibt noch viel zu erforschen so jetzt legt man die bahn mal neu an so und so und zwar wenn jetzt mal ein bisschen geradeaus fahren ich hatte ja den trick in anführungsstrichen dass ich die arbeitsbreite super gering setze so ungefähr den versatz zurücksetze und jetzt nutze ich einfach nur die tatsache dass ich genau in der spur bleibe es nimmt mir jetzt nicht die arbeit ab zu gucken dass ich nichts stehen lassen sondern nur dass ich spur für spur fahre und dann können wir es aber eigentlich auch wieder ausmachen so die mini map die können wir ausmachen das ist aber ganz lustig dass das auf der mini map jetzt angezeigt wird cool so und ein zahlen zu können wir legen das soll jetzt ein bisschen lang sein so den busch den hätten wir jetzt mit abgesenzt das ist aber auch eine schöne wiese muss ich sagen mit so einem gefälle das macht was her so ich würde sagen wie viel vorgewände brauchen wir drei bahn vielleicht schauen wir mal jetzt hätten wir schon wieder ein busch weg gesetzt so jetzt wollte ich mal gucken man konnte doch beides zusammen anheben ne jawoll und dann lassen wir auch beides zusammen wieder ab sehr schön upsala naja das war jetzt nicht sehr effizient und jetzt würde ich komm wir machen das vorgewände mal hier vorne fertig drumrum 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 müssen wir es ja nicht irgendwie machen reicht eigentlich hier an den fronten und ich würde es mal mit drei bahn probieren sieht eigentlich recht komfortabel aus wenn es doch zu eng ist dann können wir ja noch eine dran machen und jetzt müssen wir mal gucken das wir das hing zu sehr in der luft jetzt auch geil wie macht man das jetzt wir haben erstmal ein stück stehen müssen so die bahn würde ich mal noch sicher angehen dann lassen wir mal ein stück übrig weil wir hier und da einen kleinen schlenker drin hatten und dann können wir aber schon anfangen mal zu gucken was passiert ist und zwar brauche ich dazu tatsächlich notizen denn es ist einiges durcheinander geraten und mit meinen notizen möchte ich verhindern dass das wieder passiert und zwar es ging los mit dem let's farm 14 das war das let's farm wo ich das falsche thumbnail hochgeladen hatte und das lustige daran ist dass ich das ist das erste video was ich nicht nochmal zumindest zu beginn angeschaut habe ob es auch passt was ich sonst immer mache und ich hatte dann das war auch die extrem stressige zeit wo ich boah das war eine scheiße zeit ich hoffe es wird jetzt besser und da habe ich auch erst einen tag später verzeihung die kommentare lesen können und das hatte ich getan und dann hat einer kommentiert von euch ich hoffe das ist jetzt kein problem dass entweder der titel oder das thumbnail nicht passt zumindest zumindest habe ich so gelesen ich weiß nicht mal ob es im wordload so da stand aber das ist so bei mir im gehirn eingegangen und dann habe ich gesehen tatsache im titel stand nämlich let's farm keine ahnung 13 oder was und im thumbnail let's farm 15 oder es gab eine diskrepanz und dann dachte ich ja klar das ist der fehler den der kommentator meinte ich habe das ausgetauscht und dachte mir gut alles behoben und dann abends hatte ich mit matze gespielt und matze hat gefragt ob ich das video jetzt korrigiert habe und ich dachte mir was welches video und matze hat mich dann also erst darauf hingewiesen oder wer vorne mal zock matze hat mich erst darauf hingewiesen dass nicht irgendwie zwischen titel und thumbnail was nicht gepasst hat sondern dass das ganze video falsch war und ihr habt es natürlich sofort gesehen logischerweise ich hatte das ist eigentlich die kurzfassung ich hatte das thumbnail vom miststreuen hochgeladen und das video ging um die ernte und da hatte ich also das thumbnail von der folgenden woche schon genommen und das war im grunde der fehler den ich erst spät gecheckt habe aber ist auch kein problem gewesen das thumbnail habe ich jetzt ausgetauscht letzte woche kam ja dann noch das richtige video dazu also mit dem miststreuen und jetzt habe ich es auch gelöst ich hätte es gar letzte woche schon geklärt aber das video war schon aufgenommen und ich wollte jetzt auch nicht nur deswegen nochmal neu aufnehmen und das video dann verwerfen weil der fortschritt der ist ja jetzt schon gemacht ja das dazu und jetzt gucken wir mal was so passiert ist apropos der fortschritt ist schon gemacht ähm okay können wir noch nicht machen weil die bahn hier unten noch nicht so ganz übereinstimmt mit der oben wie machen wir das jetzt wenn ich der bahn folge fahren wir gegen baum jetzt muss ich mal kurz hundmasse anschalten wenn wir die nächste bahn dann fahren die wird vielleicht reichen einfach oder fangen wir mal vor nur kurz hoch ich glaube ihr könnt mir grad gar nicht folgen ich weiß auch gar nicht ob ich mir selbst folgen kann ich versuche jetzt hier unten erstmal die bahn so zu legen dass sie jetzt parallel zum oben geschnittenen schon ist und warum ich hier grad noch die hälfte mitnehme weiß ich grad auch nicht aber jetzt sind wir auch fast am ende deswegen soo dann fahren wir jetzt einfach von oben nach unten jeweils oben eine bahn unten eine bahn hier oben müsste es ja jetzt auch passen wenn wir nicht zu blöd sind soo so hier oben passt die bahn also pass auf wir haben da muss ich jetzt selbst mal gucken ob ich alles auf die kette kriege wir haben ja Mist auf der 23 ausgebracht in der folge das hatte ich eigentlich auch aufgenommen da habe ich aber tonprobleme gehabt das hättet ihr nicht hören wollen haben wir für drei geerntet da ist mir übrigens auch ein fehler unterlaufen da war kein raps drauf was ich lange gedacht habe da war hafer drauf hafer auf der 3 haben wir also geerntet soo dann das hatte ich auch aufgenommen hatte aber das war derselbe tag da dieselben probleme haben wir die 3 mit einer scheibenecke bearbeitet Matze hatte vorher Gülle drauf gebracht und dann hat der Matze irgendwo Raps ausgesät auf der 6 also da links und das ist das was passiert ist also wir haben nicht viel verpasst theoretisch wären wir auch bei allen dabei gewesen wie gesagt ich habe nur 2 Videos umsonst aufgenommen bei der Ton ja miserabel war irgendwie hat es geschallt wie blöd das war echt nicht angenehm anzuhören und das ist so das was passiert ist wir können auch gleich gucken was geplant ist noch jetzt gucken wir erstmal hier hüpfen mal rein da ist ein bisschen leiser so ich hatte mir ja gewünscht ich weiß nicht ob ich das in den Videos angesprochen habe die jetzt nichts geworden sind oder auch die die ihr schon kennt ich hatte mir ja gewünscht dass wir Zuckerrüben irgendwann mal angehen die Zeit wird oder die Saison wird jetzt kommen wir haben oder Matze hat der ist unser Chefplaner auf der 23 Zuckerrüben geplant die wird die werden im Frühjahr gesät und vorher muss man vermutlich jetzt auch noch im Herbst also demnächst das Feld noch kalken ich glaube die 3 war das Feld 3 ich glaube die 3 hat auch Kalk gebraucht ach ne das war Saatbett äh wo ist denn das mit Kalk Saatbett bin ich grad blind ach so oder war ist das jetzt wegen Precision Farming weggefallen ähm also bei manchen Sachen bin ich ja echt noch ein Mut ne ähm aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen dass Matze den Precision Farming Mode reingekommen hat und ich mich noch nicht damit beschäftigt habe wenn gleich ich also von dem was man so hört finde ich den schon sehr cool äh bin mal gespannt wie das Spielen damit so ist so wir nehmen jeden Zentimeter mit ist was besser aber dann wird durch den Mod vermutlich Kalken wegfallen oder das Kalken hier ph-Wert ach du scheiße wieso zeigt es mir den eigentlich nur hier an weil ich ihn langs weil ich ihn noch nicht gemessen habe woanders oder was ok 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 der Ertrag ist miserabel auf unserer Wiese Saatstärke hoch ist vermutlich zu hoch oder eieiei na da wird aber noch was also da muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen auf jeden Fall werden werden wir mal auf den anderen Feldern dann auch noch die Werte bestimmen müssen das hat Matze scheinbar auch getan da müsste ja genau auch dieses Teil hier da sein das können wir eigentlich auch mal probieren für spätere Arbeitsschritte ja cool 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 ich muss jetzt nur sagen dass ich keinen Plan habe was der Kalk mit dem Boden macht das wird dann wieder was sein was ich lerne und mitnehme ist schon verrückt was man so über das Spiel für die Landwirtschaft lernt das ist schon ganz cool ich glaube gerade deswegen ist bei dem Precision Farming Mod hat auch so viel Geld geflossen also das wird ja irgendwie von der von der Europäischen Union gefördert äh es gab auch die Uni Hohenheim die da mit involviert war das habe ich mir gemerkt wenn meine Freundin dort studiert äh die hat aber damit nichts zu tun und ja aber das beschäftigt mich jetzt was macht denn Kalk mit dem pH-Wert zum Beispiel oder hat Kalk mit Stickstoff zu tun ich würde ja vermuten mit Stickstoff oder? ach wenn ich es nur wüsste Hilfe Gaspedalbremse ne nicht Gaspedalbremse Precision Farming pH-Wert doch pH-Wert verdammt Stickstoffgehalt ist dann durch Gülle und Misten der pH-Wert kann durch Kalk erhöht werden aha das wird noch cool glaube ich das wird noch cool fahre ich eigentlich mit 12 kmh zu langsam? ich glaube bei Grasernte ist schon ein gutes Tempo angesagt kann das sein? da könnte ich jetzt vielleicht etwas langsam unterwegs sein ich gucke mir gleich mal am Shop an was Giants so empfiehlt für das Mähwerk also Giants empfiehlt natürlich immer ein bisschen viel ein bisschen sehr schnell warum fährt das hintere jetzt? das ist ja noch kein Flow muss ich mal sagen ich fahre ganz schöner Kürze äh da 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 Mähwerk wo bist du? 22 kmh ja dann können wir ja aber deutlich schneller fahren haben wir mal 16 rein oder? also 22 ist ja irre also da könnt ihr gerne mal kommentieren was so für ein Tempo ist also 12 war deutlich zu langsam von Beginn 14 war aber noch zu langsam 16 finde ich eigentlich ganz angenehm vielleicht 18? ist ja nicht so hoch das Gras ne? fahren wir mal 18, komm! 22, meine Herren! vor allem mit 18, da krieg ich doch das Wenden nicht hin da werden wir mal ein bisschen Tempo reduzieren von Wendevorgang ein bisschen ausholen und vielleicht muss ich auch Indoor fahren ups ja vielleicht vielleicht aber besser wurde es jetzt dadurch nicht wobei ich gar nicht so genau sein muss würde ich sagen denn es bleibt ein Stück stehen so aber dann haben wir dieses Video sogar ununterbrochen gemacht ohne Unterbrechung auch nice dann machen wir das nächste Video Schwaden das können wir auch als ein Video bringen würde ich denken da können wir vielleicht sogar noch dranhängen wie das hier mit dem Precision Farming Messen funktioniert das können wir eigentlich zeitlich bestimmt da mit reinpacken und dann werden wir auf jeden Fall pressen also das die Arbeit klaut mir der Matze nicht ich will die Sähmaschine die Ballenpresse probieren so und hoch das Ding und gleich wieder runter das Ding damit wir noch beide Mähwerke nutzen dann macht der eine die Hälfte der andere den Rest wie diese Mähwerke aussehen das ist schon ein bisschen nicht so hübsch sehr hübsch allerdings finde ich weiß gar nicht ob ich das schon mal angesprochen habe wie die Tücher hier wackeln das finde ich extrem gut das ist gelungen so wir wollten 18 fahren und ich hatte siehst du das fällt mir doch jetzt noch ein das hatte ich auf jeden Fall in dem Video erwähnt was ich jetzt verworfen habe leider ich habe viele Kommentare ja gelesen zuletzt ich lese ja grundsätzlich alle wir sind ja noch eine sehr kleine Runde und zwar ging es um die Videolänge und da hattet ihr ich würde sagen mit überwiegender Mehrheit geschrieben dass die euch relativ also was heißt egal ist aber dass so eine halbe Stunde schon okay wäre deswegen freut mich das da werden wir also oder da werde ich jetzt nicht so zeitlich drauf achten dass wir es irgendwie in eine Viertelstunde pressen sondern wenn ein Video mal länger geht dann geht es länger und so eine halbe Stunde sollte dann schon irgendwann Schluss sein nach einer halben Stunde aber das hat mich sehr gefreut das fand ich sehr gut und auch sehr interessant muss ich sagen weil ich schon das Gefühl hatte dass kurze Videos populärer wären aber beim Let's Play vielleicht nicht weil es vielleicht doch was entspanntes für nebenbei ist für dazwischen beim Chillen oder 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 so dann machen wir es zumindest noch sauber ist Tüschle und die Klingen und hier vorne heißt besonders dreckig geht aber auch super ab gehen wir mal hier rein schön hier machen wir nochmal die Haubebüche sauber ne Scheibe Tür Fenster offen und da ist jetzt schön feucht drin passiert Kanne ab so ui das war gar nicht so das war gar nicht so ohne das war knapp ui das hat er rums gemacht und dann wenden wir mal fix dü 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 und das muss man bestimmt senken vorher und dann machen wir dich auch ab so ich würde sagen das haben wir gut gemacht wir können uns den Ertrag mal noch insgesamt angucken der ist insgesamt schon extrem schlecht immerhin ging er mal auf ein Stück bis 80% aber das meiste 60% 65% naja so auf jeden Fall ihr kennt den Plan ich mache jetzt hier stopp und in der nächsten Folge geht es genau hier weiter ich wünsche euch eine schöne Woche und macht's gut ich habe decía ein bisschen wie ich schwere die